Und das Fahrwerk ist eingefahren. Besonderheit Kutflug mit Smog. Hier wird ein spezielles Öl, mit dem Treibstoff beigemischt in der Turbine, und dann gibt es diese Zeichen im Himmel. Und sauber überflogen. Hier wird die Zeitfolgen. Die Flugzeiten haben 10 Minuten. Und jetzt hat er den Smog an. Mit Smog er nach unten, Abschwung. Wunderbar, ein großer Looping geflogen. Von, also dem Dümmel aus Nellingen. Und Messerfluglage mit einem Zit. Gesetzte Landeklappen. Und LED Light Positions. Schöner Überflug. Gegen den Wind natürlich. Nimmt die Fahrt raus. Mit gesetzten Landeklappen. Schwebt ein über den Schwarzack. Und da ist es. Hervorragende Landung. Applaus für diesen Jetpiloten aus Nellingen. Hans Kümmel.